Hallo zusammen, ich bin Alina. Ich arbeite bei der VR-Banker Enz und heute nehme ich euch mit in unsere Gold-Lounge. Wieso haben wir diesen Raum? Wir möchten, dass unsere Kunden nicht nur Gold erwerben, sondern auch erleben können, damit der Goldkauf zu einem tollen Ereignis wird. Denn ein besonderes Thema erfordert einen besonderen Raum. Das es unseren Kunden gut geht, haben wir natürlich auch Kaffee. Und was zu naschen gibt es natürlich auch. Was machen wir hier drin eigentlich, außer Kaffee trinken und Schokolade essen? Wir bieten als Bank viel mehr als nur Girokonten und Sparbücher. Wir bieten auch was Besonderes. Beraten aus dem Katalog? Langweilig. Deshalb können sich unsere Kunden selbst von dem Gold überzeugen. Weil Gold schon ewig beliebt ist als Anlage oder als Geschenk, haben wir hier eine Riesenauswahl. Wir haben verschiedene Münzen und Barren. Und wenn dem Kunde was gefällt, kann er es direkt erwerben und mitnehmen. In unserer Vitrine haben wir unsere Lieblingsstücke ausgestellt. Mein Lieblingsstück ist der Panda aus China. Gold ist für jeden Anlass toll, ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zur Konfirmation. Passend dafür ist zum Beispiel der Eingrangbarren. Und der ist auch gar nicht so teuer, wie man immer denkt. Das war's aus unserer Gold-Lounge. Ich hoffe, ich konnte euer Interesse wecken. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut einfach vorbei unter www.thorne.de oder kommt her und überzeugt euch selbst. Tschüss!